Hallihalüchen liebe Leute und herzlich willkommen zum höchstwahrscheinlich, hoffentlich, letzten Parts des ersten Levels der Blutelfen-Kampagne. Holy Crap. Alter, war das ein Kampf. Wirklich, wir haben hier das Lager der Unlosen zerstört, haben jetzt die Goldmine übernommen und werden wohl jetzt das Level beenden. Quasi uns alles nochmal angucken. Und dann hoffen, dass wir alles geschafft haben. Was man so schaffen kann, den Spieler wird. Ist doch nicht irgendwas von Über-Mana? Das hat jetzt gar nichts... Ich weiß nicht, dieser Zauber funktioniert gar nicht. Das muss eine gegnerische Einheit sein. Außerordentlich. Hä? Diese Fähigkeit kann das Mana des Blutmagiers über das Maximum erhöhen, aber überstößiges Mana verschwindet schnell, wenn es nicht genutzt wird. Hält sechs Sekunden lang an. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe es versucht. Und er hat trotzdem das Mana vergeudet. Also irgendwie klappt dieser Zauber. Entweder in diesem Level nicht oder in Reforged nicht. Denn ich habe den noch nie in Reforged ausprobiert, diesen Zauber. Ich kann mir schon vorstellen, also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, weil Reforged ja eigentlich ein unglaublich gutes Spiel ist. Und ich meine, Blizzard ist ja auch eine renommierte Firma, die grundsätzlich eigentlich immer sehr gepolischte Spiele aus schenkt oder macht. Und ich habe jetzt gerade eigentlich nicht, dass Blizzard, ähm, naja, so einen Fehler in diesem Spiel lassen würde. Also dafür ist Blizzard zu groß, finde ich. Also das wird Blizzard bestimmt nicht tun. Kapper. Ja, mein Freund. Habt ihr meinen Hass eigentlich gespürt gerade? Ja. War auch so gemacht. So, dann lichten wir die Armani-Wald-Trolle dieses Landes. Ich tue mein Bestes. Ja, mein Lord. Mehr Arbeit. Danach können die beiden eigentlich mal wieder in das Boot steigen. Und den hinten nochmal reparieren, der nicht repariert ist. Okay. Mir brennt es in der Seele. Geht nicht meine Hilfe vonnöten. Wir können sogar Ritter schon machen. Wäre ich wie ein Ritter ganz gut gewesen. Ich spüre etwas flüchtiges. Und so haben wir es ja auch geschafft mit den guten Zwergen. Ist mir ein Vergnügen. Wo wollt ihr uns haben? Worauf warten wir? Ist meine Hilfe vonnöten? Ja. Und ich warte wirklich sehr lange, bis ich meine Kosten überschreite. Wir sollten bald weiter sehen. Kannst du bitte hier landen. Worauf warten wir? Zeigt uns ein Ziel. Ja, mein Freund. Der Brett ist in der Seele. Wir werden hier auf jeden Fall noch des Diebesgesimmel ausschalten. Woher hat jemand verletzt? Die Banditen und Vollstrecker, wie sie auch mal heißen. Mein Volk muss gerecht werden. Direkt wie ihr Bastard sind das. Nichts weiter. Hallo! Was fliegt euch an? Ich spüre etwas Flüchtiges. Ich habe mich hier extra schön eingedeckt, damit mich der gute Tiershoffblatt hasst. Mein Volk muss gerecht werden. Zeigt uns ein Ziel. Komm schon, kurzer. Sind unterwegs. Wir brennt es in der Seele. Worauf warten wir? Sehr gut. Hey. Rechtdocks. Schabermack. Rache. Ist meine Hilfe vonnöten? Ich spüre ein Clown des Angriffs plus 3. Ich tue mein Bestes. Keiner ist gestorben. Das ist natürlich schade. Ich meine noch schnell alles, was geht aus dieser Scheißmiene raus. Es ist mehr Holz erforderlich. Gosh, ey. Menschen brauchen so viel Holz. Habe ich ganz vergessen. Damit fertig seid. Hack da mal weiter. Mach, wir haben kein Holz mehr. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Mein Volk muss gerecht werden. Es soll geschehen. Außerdem haben wir noch ein paar Außenposten, ne? Tatsächlich zwei Stück haben wir noch. Wo wollt ihr uns abgeschlossen? Was ficht euch an? Magt mal lieber hier. Haben wir noch genug Wald. Alle anderen Wälder habt ihr schon abgeholzt. Bugerkrieger. Mir brennt es in der Seele. Worauf warten wir? Meiner Trank. Den haben wir gerade weggegeben. Das ist zu leicht, wir kämpfen. Wir sollten bald weiterziehen. Wo alles so drin ist. Was spüre etwas Flüchtiges. Was, warum alles drin ist. Was drin ist. Na. Deutsch ist nicht meine Sprache. Wir sollten bald weiterziehen. Ist jemand verletzt? Mir brennt es in der Seele. Mein Volk muss gerecht werden. Ich dachte, die könnte die Kiste aufsprengen. Also die Dings. Was ist meine Hilfe von Nöten? Hallo. Komm schon, Kurzer. Sind unterwegs. Mein Volk muss gerecht werden. Überzieht sie mit einem Kugelhaal. Worauf warten wir? Gehen wir es kreieren? Ich spüre etwas. Der Schaft. Der Spähposten ist repariert. Beeilen wir uns mit den anderen. Ja. Als hätten sie mal früher sagen sollen. Kälter. So was von einem Verzug. Eigentlich müsste die Armee schon längst da sein. Ich bin euer Diener. Mir brennt es in der Seele. Wo wollt ihr uns haben? Unverzüglich. Worauf warten wir? Mir brennt es in der Seele. Habt ihr ein Ziel für mich? Hier war noch ein paar Zwerge. Wir sollten bald verstecken. Unverzüglich. Forschung abgeschossen. Ich spüre etwas. Oder Kriegshöpchen verbannen wir mal kurz. Was braucht ihr? Wollen wir da auch so ein bisschen zu stark. Ich bin euer Schütze. Wo wollt ihr uns haben? Jetzt aber Dali. Scheiße. Ich hatte auch eine Runde, der auch verstehe. Ich bin euer Schütze. Ich bin euer Schütze. Aber ne. Wir haben die Runde. Ich bin euer Schütze. Okay. Mein Volk muss gerecht werden. Worauf warten wir? Nun mach schon. Wir sollten bald weiterziehen. Gehen wir kämpfen? Das machen wir doch mit links. Mein Volk muss sein. Noch ein Vorratsbehälter. Wir sollten ihn uns rasch sichern. Es soll geschehen. Ich bin euer Zwergurt. Schön. Wir sollten bald weiterziehen. Los. So, die beiden sollen wir hier in das Boot steigen. Hier ist so ein Damm. Da können wir gar nicht lang. Das ist natürlich kacke. Aber eigentlich haben wir es dann so gut wie geschafft. Hier ist noch eine Himmelsbarke, der Untoten Geisel. Finde ich ein bisschen frech, dass sie es wagen. Noch irgendwie hier aufzutauchen, während wir hier alles erobert haben. Ich finde, die müssen wir abreißen. Wir hätten auch Panzer machen können. Das wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen. Eine riesengroße Panzerarmee. Panzerwash. Tankwash. Das glaube ich mache ich in der nächsten Mission. Richtig viele Türme. Und Tankwash. Eigentlich will ich mal wissen, ob das funktioniert so. Wenn wir genug Gold haben auf dieser Karte. Bezweifelt stark. Aber so ein Tankwash wäre schon lustig. Wenn sie es repariert haben, sollen sie mal wiederkommen. Dann sollen manche noch eine Hütte inbauen. Alter, wie viel Holz die brauchen die Menschen. Geht auf keine Holzhaut. Geht auf keine Hornhaut. Schade, dass ich meine Armee nicht mitnehmen kann. Das nächste Level. Das wäre geil. Flüchtige Forschung abgeschlossen. Wo wollt ihr uns haben? Ich bin euer Diener. Weißer. Arbeit ist vorbraucht. Ich habe meine Feuze im Visier. Wir sollten weit weiterzunehmen. Das ist unser Urgehäuptling. Dieser Spähposten ist repariert. Wir müssen weiter zum nächsten. Sehr gerne. Das kennt das. Worauf warten wir? Was fecht euch an? Mein Volk muss gerecht werden. Gehen wir kämpfen? Unverzüglich. Zeigt uns ein Ziel. Ich spüre etwas. Flüchtiges. Finde ich gut. Wie krass stark der ist. 114 Damage. Wir sollten bald weiterziehen. Ich habe gar keinen verloren, ne? Wir haben noch mehr versteckte Vorräte entdeckt. Forschung abgeschlossen. Mein Volk muss gerecht werden. Außerordentlich. Sehr gut. Ich tue mein Bestes. So. Lauf ich mal lieber rum. Ich spüre etwas. Alles nicht so geile Items. Aber es ist ja auch das erste Level, ne? Dafür ist es ja auch sehr einfach. Oh Mann. Ich bin euer Diener. Hallo! Vorsicht, heiß und fertig! Muss gehen. Ich auch. Komm schon, kurzer. Sind unterwegs. Worauf warten wir? Hier wäre auch noch eine Goldmier gewesen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Helfenbeintor. Ich bin euer Schütze. Zeigt uns ein Ziel. Gute Entscheidung. Finde ich auch schon abgeschlossen. Mir brennt es in der Seele. Jetzt werdet ihr meinen Zorn spüren. Ich spüre etwas. Flüchtiges, wie wir wünschen. Neu krieg's her. Kämpf gegen die Urkriegs, Häuptling. Knurrmiene, der Blutsäufer. Sieht ja cool aus. Bisschen aus wie Hogger. Was wie O.W. Ich glaub, der ist auch sehr daran angelehnt, gerade. Geht mir kein Unverzüglich. Unsere Goldmiene gibt nicht mehr viel hier. Oh no, unsere Goldmiene ist kaputt. Wir sollten einen neu holen. Sehr gut. Zeigt uns ein Ziel. Bei der Macht des Lichts brennt. Mir brennt es in der Seele. Ist jemand verletzt? Zeigt uns ein Ziel. Hey, ihr da. Fangt. Mein Volk muss gerecht werden. Ich spüre etwas. Arrogantes Elfenpack. Was klotzen wir? Warum haben sie mir dem geholfen? Ach, weil der da hinten ist. Klar, mitkämpfen ist auch ein bisschen anstrengend. Einfach verstehen. Ich kümmer mich da um. Gut. Wir sollten bald weiterziehen. Wunderbar. Dann sollen die beiden mal herkommen. Mir brennt es in der Seele. Warte, ich gucke mich mal. Ist nichts. Schraudern bis hier. Wir haben wirklich auch nichts an den Karten geändert. Ist kaputt, ne? Ist kaputt, der Golem. Aber dahin könnte man nicht. Schade. Ja, schon ein bisschen langweilig, ne? Dass sie nichts geändert haben. Also es war jetzt vielleicht für euch sehr spannend, weil ich ja die ganze Zeit da unten verkackt habe. Aber ich meine, insgesamt... Eigentlich... Passiert nicht viel, ne? Jedenfalls nichts Neues. Ist halt auch genau das alte Warcraft. Könnt ihr euch das alte Let's Play angucken. Ist vielleicht sogar besser. Kann ich das eigentlich zerstören? Was passiert da? Kann ich nicht mehr reparieren. Hätte eigentlich Bock, das mal auszuprobieren. Jetzt im letzten Moment. Mach mal IC Dead People. Vielleicht ist es noch was? Flüchtiges. Nichts vernünftiges. Super. Wir reparieren jetzt. Und das nächste Level wird ähnlich schwer werden. Und ich glaube sogar noch einen Ticken schwerer. Es wird ein Spaß, Leute. Es wird ein richtiger Spaß, ey. Habt ihr schon so viel Spaß wie ich? Freut ihr euch schon so? Ich mich auch. Nämlich nicht. Werden sehen, wie schwer es wird. Wenn es wirklich zu schwer wird, dann mach ich wirklich halt leicht. Ich muss das auf normal. Ich finde schon das letzte Level der Force and Fallen Kampagne ist so unglaublich schwer, dass ich das auf normal schon fast nicht raffe. Und jetzt auf schwer glaube ich sogar noch weniger. Ich glaube deswegen werden wir bald mal einfach auf normal wieder stellen. Es sollte etwas geben zwischen normal und einfach, oder? Schon cool kaputt hier, ne? Das Gebäude. Muss man schon sagen. Gott, wie gut das Holz runterrauscht. Es wird jetzt aufzubrennen. Oh, und der Boden wird so langsam wieder schöner. Forschung abgeschlossen. Das dann wieder so aussieht. Verstehe ich nicht, wie man auch so ein Gebäude wieder so machen kann innerhalb von so zwei Tagen. Ich glaube, das ist eigentlich so nicht möglich. Außer man bezahlt hier anständig, die Bauarbeiter. Wie die beiden Herren hier. Und so viel Holz. Das ist nämlich eigentlich gar nicht das, was wir hier verbrauchen, sondern das, was sie damit nach Hause nehmen. Damit ernähren sie ihre Familie mit Holz. Holy shit, okay. Es brennt noch sogar noch ein bisschen. Könnt ihr bitte erstmal die Feuer löschen? Das wäre vielleicht ganz geil. Bevor hier alles. Jetzt haben die Feuer gelöscht. Die hören auf mich. Verrückte Welt. Die machen sogar schon Licht da drin an. Die feiern da schon Waves-Partys, ey. Waves. Gott save the Waves. Mein Volk muss gerecht werden. Schön. Jetzt sind sogar die beiden Türme hier nochmal richtig fertig. Und jetzt kommt gleich die große Kuppel noch hier oben. Oh. Es ist spannend. Wie so ein Gebäude aufgebaut wird. Gleich wie hinter ist, Leute. Gleich ist der Turm wieder ganz. Nice. Oh. 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 Abgeschlossen. Spähpost-Reparatur. Abgeschlossen. Seid gegrüßt, Lord Garithos. Die Spähposten wurden wunschgemäß repariert. Wir wollten gerade... Mir ist an der Front Beunruhigendes zu Ohren gekommen. Stimmt es, dass ihr mit den grässlichen Naga gemeinsame Sache gemacht habt? Nun, ja, mein Lord. Sie haben uns über den See geholfen. Ich versichere euch, sie sind keine Gefahr für uns oder... Sie sind keine Menschen und daher wie jeder andere Feind zu vernichten. Vergesst nicht, wem ihr treu seid, Blutelf. Ich dolde keinen Verrat in meinen Reihen. Ich muss zurück zur Front. Ihr wartet hier auf weitere Befehle. Was für ein Verräter war das? Wer hat das ihm gesagt? Oh, wir werden sie. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in einem nächsten Part. Bis denn. Was für ein Verräter war das, was wir sehen, 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 Untertitelung des ZDF, 2020